so jetzt kommt die letzte folge kalter strom da geht es los im gebirgsbach südlicher kiefernstrom glaube ich und so weiter sind schon ein paar kapitel ja ja bist du bereit ja wunderbar wirst du wieder fett nicht das kennt man ja jetzt wieder meine lieben freunde los mit euch an ja ist ja schon wieder drei viertel elf zwölf drei viertel zwölf oder geht ja noch früh am tag und starte ich mal alles richtig eingestellt alter strom ja und da haben augen die bäume haben ohren wir haben waffen das ist schon geil die letzte folge das ist schon sehr gut da lassen sich bestimmt nicht lumpen alter ja geil weil du machte das feuer greift um sich was das denn kult ja cool aber steht jetzt nicht mehr ich hab mich auch umgedreht mit gleich zweite piste und die noch dazu wird sie ja schade ist dass man nicht erfährt also hier okay so ja dass man nicht erfährt wie man jetzt hierher gekommen ist nur zum beispiel jetzt hier ist ein kaputtes boot und dann muss man sich selber ausmalen aha wir sind mit dem boot gefahren anscheinend ja wir sind hier gestrandet ja ach wir sind wieder coach und guck mal irgendwann wir sind wieder die anderen wir sind wieder rachel und coach und so die anderen tatsächlich die dicke ist wieder mit dabei der coach auch da oben ist eine hütte Hier kommen wir über den Hügel! Splitter! Und den Boomer? Äh, scheiße, der Boomer, wir haben gekocht! Ja, und ich musste nachladen, ich konnte mich abnehmen, Alter. Das ist was wir machen! Scheiße, ich hab keine Nahkampfmasse! Oh, das tut mir hier auf den Sack, Alter! Mal Ruhe hier! Oh, das tut... Jetzt reißt es mir hier aber langsam mit euch! Lade! Gut! Oh! Da hoch ins Haus? Da hoch ins Haus? Wo seid ihr überhaupt? Da oben ins Haus! Gibt's aber nichts! Nichts noch was! Nicht wirklich viel! Da hat einer ein Graffiti an die Wand gesprüht, ey! Da haben sie den hier hingesetzt, hier ein Funkgerät, ja! Telefon! Hier gibt's einen Telefonanschluss! Da bin ich mir aber nicht so sicher! Die hier Telefonladung haben? Aber eher nicht! Hier runter springen? Nee, lieber nicht! Ach, hier ist ein Typ! Guck mal, Kotze! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Geh ein bisschen weg! Geh weg! So, du wolltest da rauf fließen! Oh! Aaaaaaah! Oh, ich muss hier runter, ey! Scheiße, Alter! Da haben wir einen anderen auch schon weg! Ja, da hinten muss es ja dann weitergehen, ne! Ja, da hinten gibt's ja nix! Hier runter! Jo! Hier runter! Jo! Oh, da kommt ein Joggle! Irgendwo ist noch ein Hunter! Ich hab'n schon schreien gehört! Lade nach! Lade! Ich wär' gern mal ne Nahkampfwaffe, aber... Hier ne Hütte eine! Ja, hier sind Vorräte! Gibt's ne Rohrbombe? Nehme ich auch mal! Jetzt haben wir mal die Tür zu! So! Ja, ist trotzdem, ja! Ist ne Sniper? Sniper ist immer gut! Munition! Hier oben? Jetzt mal! Nö! Doch, ein Hunter! Ja, wir haben's schon gehört! Charger! Schalte! W Moore sind wieder! Noch, ich werd es! Ich hab nicht überlegt! Nicht nur das, ich hab nicht überlegt! Schalte für mich! Schalte für dich! Nicht nur das, ich kann nicht! Mach' nicht! Wie ist das? häng ich jetzt hier unter der Treppe fest? super kommst du noch nicht mehr weg? jetzt, jetzt auch gut, du hast mich weggepackt siehste? kriegen wir alles gepackt hier ist noch ne ich kratzt doch schon wieder rein ah, jetzt ist Munition hier auch ne nachkampfwaffe? nö schade hier durch? ja hey wir sind außen rum wir sind auch ein Baum balancieren mal die Treppe wieder hoch hier oder nö da ist ja durch so ach ne hier wieder ne super wir müssen hier den Bunker öffnen das müssen wir zu zweit mal wahrscheinlich nicht Bunker oh oh ich will hier rein ich will hier rein ich will hier rein nicht schlecht knapp sieben Minuten für ein Kapitel also für das erste ja das hält ist wahrscheinlich alles im Wald schau dir vor ich stehe hier im Wald hier gibt es aber gut weiter gehts hier gibt es noch medipacks hier gibt es noch medipacks hier gibt es schon mal immerhin etwas also entweder lassen wir sie liegen was oder die medipacks die kann man ja nicht mitnehmen das ist halt du kannst immer nur eins das ist eben schade ja aber deswegen muss man sich dann voll heilen und dann nimmt man das eben noch weg wenn man voll geheilt ist dann braucht man natürlich keines weg das ist klar alle eins ja ich habe mich voll geheilt also ich habe auch noch eins also ich brauche nicht mehr so ich darf ja noch auf ja super auch noch gegen die Sonne gegen die Sonne mit dem Strom ich hoffe doch das war ein Versehen ich hoffe doch das war ein Versehen ach das ist die AK glaube ich jawoll jeder schnappt sie der Waffe nein Zunge Zunge ich habe die Zunge übertroffen nein 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 schießt auf den Typ mach ich aber ja gut wir sind ja eh noch in der Nähe vom Schutzraum dann hole ich mir nochmal schnell eins ja das ist ja nicht so schwer das ist alles noch easy naja was sicher ist sicher so haben wir lieber noch eins mit dabei naja gut ich habe noch genug Lebensenergie ich habe noch 93 93 hm hallo so nein ok so dann ja ich habe das ja ich habe mich zu vertreten ich habe mich hier ich habe mich das ich habe mich Kumpfsdecke! Kumpfsdecke! Lade! Gut. Richtig idyllisch hier. Jo, wenn die Zombies nicht wären, äh, hier wackelt's. Der Charger, ne? Oh, der reißt da oben! Oh, Alter! Der hat da oben alles abgerissen, Alter. Super. Au, ich bin von der gefallen! Scheiße! Ja, ich auch. Ja, nur 5, äh, liebens. War noch harmlos. Doch, ich muss! So, gut, er ist tot. Jawoll. So, hier ist, glaub ich, noch ein Verbandskit. Pillen sind hier auch noch. Die füge ich nicht. Dann verbinde ich mich erstmal hier. So, wunderbar. Ist das hier ein Molly? Hier ist schon Molly. Okay. Das auf jeden Fall nicht. Na, Molly, ja. Das ist besser. Nichts. Ah, shit. Ah, shit. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! ist alarmanlage nicht gegen schießen ein herzliches auto hat es die alarmanlage das wurde wahrscheinlich auf jeden fall auch wenn ich halt die nahkampfwaffe dann kann ich kein jetzt mit malarm aus hier das hier auch nicht hätten sie bei mir jetzt nicht durch hier muss man über ich glaube hier rüber und muss ja ich nehme mal ein paar pillen hier drin auch hier die spritze weniger um aber komm her jawohl mach hete ja hier gehts ja hier ist munition oder was das hier dann muss das hier auch weiter doch hier gehts weiter oder ja hier komme ich nicht durch hier sind die zungen ok hier kommt man nicht durch muss man bei euch durchkommen hier unten hier durch ja oha lade 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 Die Tabletten kann nicht gebrauchen. Wo kommt man denn hier weiter? Oh ja. Hier sind Waffen. Aha. Wir sind Waffen. Besser. Waffen Sie sich für einen Kampf bereit? Ich habe ja die Kettensäge noch. Munition! Der Alarm wurde ausgelöst. Lade! 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 Not enough! Kann das sein, dass die hier auch wieder unendlich kommen? Vorsicht. Ich habe nämlich bald keine Muni mehr. Aber wir müssen hier durch. Hier gibt es noch eine Munition? Nein. Gut, wir brauchen eine Kettensäge. Aber wir müssen hier durch jetzt. Die Kettensäge. Die Kettensäge, du Arschloch. Oh nein, ich habe einen Hunter. Einen Charger. Charger. Oh. Was ist denn hier los? Was soll man hier machen? Vorsicht. Über starker Strömung. Na? Oh. So darfst du nicht runterfallen? Was ist denn hier los, Alter? Was soll man hier zu machen? Oh nee, Alter. Jetzt kommen sie hier alle noch. Wo geht es denn hier weiter? Hier rein oder was? Hm? Spitter! Spitter! So, jetzt hier runter klein. Ah, Jockey! So, jetzt hier runter. Bäh. Scheiße, ich schläg genau am Brei. Ja, haben wir gleich. So, hat geklappt. Das war jetzt der zweite Kapitel, das war ja wirklich geil. Denkbrücke. Das war geil, ja. Ja, nicht die Kettensäge, wenn wir einen Spritz sparen. Aber das wird schon. Uh, schon viel besser. So, können wir mal eine Flippe machen hier. Okay, ich komme von Gönnen, Alter. Gönn dir das, Alter. So. So. Hier. Und noch kann ich die Kettensäge benutzen. Die hat noch ein Viertel drin. Gibt es hier eine M16? Ne, die ist scheiße. AK, ja. Jawoll. Alles gut. Dann haben wir. Hook. Bidipacks gibt es hier nicht, wa? Ich durfte leider noch eins. Nein, ich habe keins mehr. Doch, liegt da noch eins? Ja. Jawoll. Kann ich eigentlich schon fast benutzen, aber noch mache ich das nicht. Ich muss nicht, wenn ich jetzt hier gelandet. Geht's hier irgendwo? Zum Bodo hin. Gibt wir hier richtig? Oder sind wir hier nicht hergekommen? Wir brauchen hier nicht das Exit oder was? Wo bist du denn? Hier nicht. Ne, doch. Das ist doch richtig. Wo denn? Das ist doch hoch. Wenn man kommt ja auch den Charger rein. Oh, voll. Ja. Ja. Hier kommen noch mehr. Oh, hier ist die Riesenbrücke. Nein. Okay. Ah, hier gezogen. Ja. Was liegt hier hinten noch? Position? Ne. Das hier? Ne. Schlafsäcke. Schlafsäcke. Was ist denn? Was ist denn? Ne, Schlafsäcke. Ach, weil das so gerne sind. Wo? Ja. Eine Gedenkbrücke. Ja, wir müssen in die andere Richtung, ne? Ist hier hinten noch was? Ne. Ja, es ist Munition. Ja, das ist gut. Oh, was war das denn? Kettensäge. Kettensäge, ja geil, Alter. Boah. Boah. Da ist noch eine Kettensäge. Aber die andere, da ist noch ein Stück drin, ne? Da ist höchstens noch ein Stück drin. Die werden wir brauchen, die Kettensäge. Definitiv. Die wird uns schon eine anbieten. Oh, nicht aufs Auto. Wie es auch immer das ist. Ah, das war's, ja. Na ja. So, wir sind mit die Kettensäge. Na, komm her. Wollt ihr nicht? Achtung! Na, wir haben noch mal Muni. Da baue ich sie nicht mehr. Nur Spritz sparen. Und ist noch hier durch. Kommt ihr? Jo. Die Zombies sind gepanzert! Gepanzert? Nicht alle! Oh! Das ist gut, er kriegt doch nachvollziehen Erfolg. Habe ich 40 Schuss. Brandmoni? So, ja. Wo war mein Midi-Pack? Das ist hier. Hier ist ein Jockey, ne? Hier ist Munition. Da haben wir ja noch. Komm her, Jockey! Halt dich! Hau dich! So? Hey! Jetzt bin ich noch kurz. So, ich habe Brandmoni. Ich muss es gut einsetzen, dass ich die Errungsschaft bekomme. Jetzt nochmal Vorsicht! Vorsicht, verdammt! Das Feuer greift um sich! Ja, oh ja! Alter! Alter! Sie kommen! Alter! Sind hier Kugelsicher? So, das ist immer Kombi. Hopfer da. Spar mal eine Brandmoni. Da hinten kommen die. Na? Hey du Arschloch! Oha! Der ist runtergefallen. Hoffentlich! Hoffentlich! Das war's wohl, Junge! Hehehehe! Das Problem hat sich von selber gelöst! Hehehehe! Oh, oh! Schöne Aussicht hier! Da runter? Jo! Ich lade nach! Oh! 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 Da unten noch einer? Gott sei Dank! Ist der Charger? Ja! Ja! Da sind aber noch Zombies da unten! Oh! Wie sehe ich von hier sogar! Da ist ein Schiff gestrandet! Upperlach! Und nach links! Da hat noch Brandmoni an! Oh! Da kommen sie alle! Hey! Elektroshocker! Reicht immer noch nicht für die Errungenschaft! Guckt euch das an! Was ist das denn hier? Elektroshocker will ich nicht! Ist das hier Molotow? Jawoll! Na geil! Kommt doch! Da hab ich nur noch 13 Schuss! Aber da hätte es noch einer! Lade nach! Okay! Die ist ja auch dein Rock, Alter! Und noch 9 Schuss! Eins... Zwei! Drei! Vier! Ich lade nach! Noch 4 Schuss! Jawoll! 50 Schuss! Not gefährlich! Genau die wollte ich haben, meine ich Freunde! Lade nach! Zwei Schuss hab ich gehabt, das hat mich genau ausgegangen! Oh, was ist das denn hier für ein Gerät, alter! die habe ich ja noch nie im spiel gehabt das ist ja eine männerwaffe gibt es noch mehr munition laservisiere habe ich ja komm her mein jung nachladen kann man nicht nachladen das spritzer Er hat schnell hergeschossen. Oh manee! Viel einstecken. Aber ich habe noch ein Medi-Pack. Kann ich das auch gebrauchen. Und noch eine volle Kettensäge. Wunderbar. Lade. Du hast eine Liga. Oha. Da passt du gar nicht rein, du Fettkloch-Typ. Wir gehen an der Größe. Und die beiden eine neue... ES BETTER! Nee, Smoker war das. Aber hier gibt es eine neue Waffe. Aber meine ist jetzt leergeschossen. Jawoll, okay. Greif mir ein Glas Kotze. Greif mir ein Glas Kotze. Olli, Alter. Boah! Boah! Oh! Er hat eine Bombe geschmissen. Da wird eine Bombe geschmissen, Alter. Der Bombe geschmissen. Oh! Hunter! Lade nach! Jo. Jo. Bewegt eure Härsche so fort hier rein! So bleibt die Schacht! Der, der, der. Werderischer Fach. Wo wir machen hier? Ja, meine lieben Freunde, das ist die letzte Folge. Wir würden hier Let's Playen. Ja, ich wollte nur die Kampagne Let's Playen. Da kommen noch viele Spiele dabei. Kommt der Summer Sale, da werde ich reichlich einkaufen. Und da werdet ihr noch eine Menge geboten bekommen. Also da macht euch keine Sorgen. Mein Kanal werdet ihr noch eine Menge bekommen. Den braucht ihr nicht ababonnieren, ihr seid ihr Gold richtig. Auf jeden Fall. Oh, hier ist noch eine Kettensäge. Falls du eine brauchst. Die kannst du bestimmt gut gebrauchen, Alter. Schönen sie den Helikopter? Jetzt schon? Die würde ich mir an Jenner Stelle nehmen, ey. Weil, hab ich ne volle und du hast ne volle. So. Was ist das für eine? Ne. Meine ist auch noch ein Dreiviertel voll. Da haben sich ein Wildschrauber auf der anderen Seite. Ist hier Muni? Muni, ja. Gut. Da oben ist auch noch ne Kettensäge oder was. Ich hol' ich mir die. Oh! Boah, Schloch. Das wird doch schön bleiben, Alter. Ja. Du bist da, du da oben, du. Was ist denn lustig? Ich hol' mir doch die da oben, die ja noch mehr springen, Alter. Da ist noch ne Kettensäge. Da hinten ist sie. Warte mal. Ja, da ist sie. Ich hol' hier ne volle Kettensäge. Du auch. Ich hol' noch Molly mit. Was ist das hier? Ne, will ich nicht haben Elektroschocker. Kettensäge. Elektroschocker hier. So geht's. Mehr Joggy. Lade nach. Oh! Das ist doch ein Charger oder nicht? Ne, der will da rein. Der hämmert da gegen die Tür. Ja, ja, ist gut, Alter. Ich geh' die Eier ab. Ich bret's, oder was? Der hämmert da。 Der hämmert da. Also Knall ist der holl. Der hämmert da. Der hämmert da. Was ist denn hier? Jetzt geht's jetzt her. Da ist noch ein Boot. An dem Fluss nachrollen Oder ein Charger! Aha! Oha! Aber so etwas bildet sich auch die Kettensäge an. Aber werden wir noch ein bisschen Position haben wir ja noch. Aber viel nicht mehr. Oh, ja! Spar Munition, eigentlich. Ich habe die Kettensäge an. Oh, kommt mal zu mir hier. Ich habe die Kettensäge. Wollt ihr nicht? Das lohnt sich nicht für die Kettensäge. Oh, da oben ist der Hubschrauber. Hier müsste er lang. Hier ist Munition. Das können wir gut gebrauchen. Noch mal einen Molli. Wir haben noch einen Molli. Gut, einsteigen. Ehhh. Scheiß Säure. Ach man, ich muss nur nochmal Muni mitlesen. Das ist egal. So. Und Jockey? Nein, Jockey. Das war er, ja. Ja, das ist ja schon auf dem Weg hier. Ja, ist ja gut, Mensch. Schuss. Ehhh. Oh, meine Kettensäge. Oh, meine Kettensäge. Oh, meine Kettensäge, Alter. Scheiß egal, Alter. Hierher. Jetzt muss ich natürlich ohne Kettensäge erlegen. So. Der Coach, der kann nicht mehr reinstecken. Oh, da kommt ein Charger. Hau ab, hau ab. Da hoch die Treppe hoch. Oh, jetzt kommt der Charger, Alter. Schnell hoch hier. Mensch, geh die Treppe hoch. Mensch, geh die Treppe hoch. So. Ansteigen bitte. Jawoll. So. Ah, der Coach noch. Na komm, Digga. So. Oh, der ganze Wald ist am Rennen. Jawoll. Oh, der ganze Wald ist am Rennen. Wir waren's aber nicht. Oh, da rum, Chef. Flussufer. Da kommt noch ein Kapitel, glaube ich. Nee! Schade. Pulse B. Na ja gut, 41 Minuten nur. Ja, war trotzdem nicht schlecht. Spaß geworden. Auf diesem Mal hast du mehr für Banzar verbraucht als ich. Ja. Wer aber Schmerzmittel? Doch, du auch. Ja, ich und der Dickel. Ja, der Dickel sowieso. Der ist Konsument, Alter. Na-Kampf-Kill ist 82, Alter. Nur 2? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Na-Kampf 2 war ja doch. Bei mir haut es schon an. Ich weiß nicht, ob die Kettensäge als Nahkampf gilt. Doch. Doch, doch. Doch. Die Witch am meisten gestört. Keiner. Gab keine Witch hier. Und im Wald müsste eigentlich immer eine Witch sein. Oh, wieder 2000. Ich glaube es. Ja, das war jetzt das letzte, das war jetzt das Ende. Ja, von FVTest, meine lieben Freunde. Ja. Kein anderes Spiel der Let's Played. Schade eigentlich. Hätte noch schön weitergehen können. Auf jeden Fall, Alter. Naja, wir können uns ja noch 2 sehen holen. Und 13, ne? Ja. Ja. Und da gibt es eine Menge zu schnitzeln. Das ist auch richtig geil. Ja. Da werde ich auch die ganze Story werde ich Let's Play. Ja. Kurz, da muss ich jetzt. Ja. Aber bis dahin. Das habe ich. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs zu gucken. Und. Wir sehen uns auf jeden Fall im. Nächsten Let's Play. Wieder. Danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao. 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 Vielen Dank.